was geht ab jetzt hier auf unserem kanal crash rosen herzlich willkommen zum nächsten part von let's play crash video 1 heute geht's weiter mit koala kong koala kong kong king kong ich will mal sagen das wird nicht lange dauern ich kenne das doch von früher der wirft ein paar bälle auf mich was macht er da erinnert mich immer an batista ein bisschen wie ging das noch mal ja ja da da muss ich über 200 jahren gemacht okay trotzdem was macht er mit der scheiße ich will gerade doppelsprung machen ich weiß nicht warum habe ich aufpassen dass wir nicht den wagen da treffen ja jetzt den scheiß muskeln digger zu behindern eigentlich könnte der von der linken ecke sein und der drüber springt im richtigen zeitpunkt vier leben hat er digger ich dachte wird einfach oder warum ist es hier einfach mal allerdings ich bin ich davon so was gestorben digger oder er wird schon schnell ehrlich und dann bleibst du hier dann muss ich auf den scheiß wagen warten ich hoffe er erinnert nix ich hoffe das bleibt einfach so jetzt digger noch ein tnt ich habe geschleudert ich habe ich weiß ob sie direkt wegschlagen kann ich mag es auszuprobieren man wieder diese scheiß wagen ja jetzt mann sorry digger dass ich hier so lange brauche digger das regt mich gerade so auf ich habe es leichter anänderungen gehabt jetzt noch einmal digger da wirf doch mal schneller irgendwie was ist gleich weiß ich weiß nicht ja komm jetzt kommt jetzt nicht den sterberast jetzt nicht den sterberast ach digger wie lange läuft der dankess oh er war das koala kommt und ab zur nächsten insel heavy machinery ich kann mich an die musik gerne auf jeden fall jetzt insel hat es nochmal in sich sage ich euch und wir sehen uns im nächsten video vergiss nicht später das level noch mal von 10 anzugucken haut rein und schönen tag